Aber ich kann belassen Schimmer. So wie immer halt. Wie soll man denn da rüber kommen? Hm. Das ist wahrscheinlich da, wo man den Hebel betätigt hat, um da hinten rüber zu kommen, aber so weiter? Weiß ich nicht. Hm. Da war der. Jetzt rennen wir schon wieder zurück. Böp, böp, böp. Obwohl ich das Partei hätte nehmen können. Bin auch so schlau manchmal. Hm. War hier noch was anderes? Guck mal, der lebt ja auch wieder. War ja irgendwie klar. Die leben dann auch wieder. So. Wie ist das? Vielleicht habe ich ja irgendwo was übersehen. Irgendwo. Gucken wir mal. Hallo. Stirb. Hier war das. Mir geht's zu dem anderen Ding wieder. Wo das Tor offen ist. Hallo. Tja. Ah, fuck. Stirb. Hm. Das ist hier. Ich verstehe das nicht. Hallo. Stirb. So. Müssen wir hier nochmal durch. Plopp. Ui. Konnen sie nicht rausstehen. Dann sind wir wieder hier. Durch da hinten kommen wir nach oben raus. Hm. Und hier war nochmal was? Weiß also nicht mehr. Hm. Das war hier. Hm. Hallo. Danke fürs Speichern. Hier war was? Keine Gegner. Das ist hier. Hm. Hier haben wir auch nix. So. Ja gut. Hier sind wir runtergesprungen. Autsch. Autsch. Hm-hm. Hm-hm. Zack. Bam-bam-bam-bam-bam. Fuck. Musst du aufpassen. Sonst bin ich gleich tot. So. Stirb. Scheiß Fido, oh mey. Stirb. Ah. 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 Ja. Das war hier. Hm. Hier haben wir noch was bekommen. Okay. Ah, komm mal. Hi. Hm. Das ist echt komisch. Wirst du? Wir kommen nur da lang dann. Okay. Ich hab ja echt keinen Schimmer. Hm. Hi. Womit kann dir diese Pöte? Lass dir Zeit. Da wissen wir nicht, wie wir rüberkommen. Oder ich bin einfach nur blöd. Blöd trifft er ja meistens. Ja. Na gut. Dass ich immer quatsche, wenn... ...der Ladebildschirm kommt. Ich bin auch bescheuert. Ich mein grad... ...wird sagen, dass ich erstmal die Aufnahme beende. Und sag dann... ...nach... ...drei Stunden... ...40 Minuten ungefähr. Bis zum nächsten Mal bei Darksiders 3. ...und dann kommen wir hoffentlich weiter. Ciao, ciao. Jo Leute und damit willkommen zurück zu Darksiders 3. Okay. Ja. Ähm... ...ich hab grad jetzt die Aufnahme beendet. Naja so... ...vor... ...ungefähr 10 Minuten. Mich lässt das einfach keine Ruhe, dass ich da nicht weiterkomme. Aber ich bin auch der Meinung, dass dieser... ...komische Feel, was da irgendwo auf der anderen Seite ist, der nächste ist. Deswegen gucke ich jetzt nochmal. Wollt ich doch noch weiterkommen? Womit kann dir die... ...bitte... ...lass dir Zeit. Vielleicht haben wir da ja was übersehen. Irgendwo hier. Obwohl ich hier eigentlich schon übergeguckt hab. Naja, erstmal müssen die Käfer drunter leiden. Stirb. Der eine passt schon. Hier konnten wir ja später weiter. Hm-hm. Dass wir das halt aufgemacht haben. Und dann sind wir hier lang. Hm. Ehrlich? Ah... Ich bin auch manchmal so doof. Hier kommen wir also weiter. Okay. Okay. Hm-hm. Danke. Hoffe ich mal, dass ich jetzt hier durch da hinkomme. Ja, genau. Ja, genau. Hab ich eben schon gedacht gehabt. Autsch. Rexy. Rexy. So. Ich glaub, das geht hier weiter. Da müssen wir uns wieder oben hin. Aha. Hallo. Sollst du von mir abhauen? Okay, ich vermute mal, dass es da oben weiter geht. Und wir uns erst mal das andere Ding hier holen. Hm-hm. Sterb. Noch einer. Ja. Also. Oh. Hallo. ... ... ... ... ... ... Trifft mich hier nicht Ja komm Dann halt nicht Dann eben nicht Machen wir das einfach so weiter So Oh hier war doch einer Ist abgehauen Oder what Zack Guck mal da Hi Autsch Fuck Nein vergiss es Sterb Okay Immer aufpassen Danke Hier kommen wir also weiter Aktivieren wir einmal Zack Jetzt speichert er Hier werden wir wahrscheinlich Die Käfer haben Hallo Na Komm mit Fressen Guck mal Fressen für dich Zack Doch Vielleicht kriegen wir dann auch die Fähigkeit Dass wir Die Sachen kaputt machen können Endlich mal Guck mal Hat mich gar nicht gesehen Läuft Bei dem Vieh Bei dem Vieh Hallo Stirb So Ach da Ist noch einer Zack Meins 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 Hallo Hallo Ha Sterb War ich nicht Hm Guck mal hier Komm auch nicht weiter Die Vermutung ist Nah Dass man Guck mal Da ist ja noch was Die Vermutung ist halt nah Dass man dann die neue Fähigkeit da bekommt Hm Ne Wollte schon sagen Zack Danke Und da kamen wir Da lang gehen wir Jo Ist da noch was Ja Natürlich So Natürlich Okay das sind keine So Okay Ah da kommen wir dann noch Wieder später hoch Hey Was machst du da Wollt ihr Mich verarschen Stebt Mistviecher ey Was ist das Achso So eins So steht das also dann da rum Aha Verstehe Nicht aber gut Okay Da oben ist auch noch was Da oben kann man hier nicht Hm Naja Schauen wir später mal So Hallo Steb Hallo Irgendjemand drin Da jemand drin Da war Ja war klar Tschüss Ui Na Willst du was von mir Noch einer Sterb Schnell ausweichen Wie ein Bekloppter Äh Okay Kommen rein Oh Guck mal Hier ist nix Okay Dann Hier ist nix Und Kommen wir nicht hin Müssten wir mal gucken wie wir da hinkommen Was ist das Nur komisches Licht Hm So Hier Jetzt sind wir schon mal weiter Alles klar Was ist da Gar nix Kommen wir da nicht hoch Doch Was haben wir hier Ah Okay Na dann Machen wir noch eins mehr Begrümmen musst du doch auch Irgendwann mal auftauchen noch Ist ja meistens so Wie gut die die immer platziert haben Wenn da auf und zumal Gegner drin sind Scheinlich ist das ja auch random Vermute ich mal Musste man sich eigentlich mal bei jemanden angucken Okay Hoi Hoi On top Na Ja Hm Äh Ups Zack Hm Und jetzt Und Jetzt Äh Ja Wir sind aber auf dem richtigen Weg Geh nicht auf Gucken Vielleicht habe ich hier was übersehen Zum Beispiel das Ding Äh Ich habe ne Ich weiß nicht ob der auch vorher schon explodiert Oder halt der später Okay Hält nix So Also der Käfer Muss wahrscheinlich da lang Also da rein Frage ist halt Ich weiß gar nicht ob das hier in der Hand explodiert oder nicht Hm So Ich glaube nämlich ja Ich hatte vermutlich auch recht Hallo Na du Jo Ups Ich wollte ihn eigentlich da hinwerfen Ja hier Okay Jupp genau War mir klar Das war klar Hm Es ist halt die Frage wie kommen wir da hin Wahrscheinlich habe ich nur wieder irgendwo was übersehen Hoi Mit Sicherheit Habe ich nur wieder irgendwo was übersehen So Mhm Ich frage mich ja manchmal wie man in manchen Sachen reinkommt Äh Ich glaube Nimm mich halt echt hier lang Hm Hm Mio Mio So Hier war ja das Ding Wo wir angekommen sind Hm Da geht's nicht weiter Hier halt auch nicht Nö Okay Und sonst kommst du hier nicht lang Hm Na 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 Okay Fuck Aber mehr ist da ja nicht Man kommt ja auch nicht rein Wird da angezeigt Wird da angezeigt Hier kommst du ja auch nicht lang Hm Zack Bin ich wieder nur so blöd Ich kann mir jetzt schon weiter Ab Zack Und zack Ist halt nix Oder ist hier irgendwo was versteckt Nö Ich muss noch überall Türen Wenn man da eh nicht durchkommt Hm Stehe ich hier drauf Ich şey Evangelium Ich Eu Ich Was Vielen Dank.